Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung spricht bei sexuellem Missbrauch vom Grundrisiko einer Kindheit. Statistisch gesehen sitzen in jeder Schulklasse ein bis zwei betroffene Schülerinnen oder Schüler. Allerdings bleiben die meisten Fälle vom schulischen und familiären Umfeld unbemerkt. Wenn sie noch nie mit einem Fall zu tun hatten, heißt das vermutlich nur, dass ihnen noch keiner aufgefallen ist. Schließlich sieht man nur, was man auch für vorstellbar hält. Mit dem Basiswissen aus dem digitalen Grundkurs wird sexueller Missbrauch vorstellbar.